Jan Smith, der niederländische Sänger und Entertainer, der das Publikum seit Jahrzehnten mit seiner Musik und seiner charismatischen Persönlichkeit begeistert, steht nun vor einer der schwersten Herausforderungen seines Lebens. Seine Lieder, die von Liebe, Freundschaft und dem Leben selbst handeln, haben ihn in der Welt des Schlagers und der Volksmusik zu einem der bekanntesten Namen gemacht. Doch heute überschattet eine traurige Nachricht das Leben des beliebten Sängers und seiner Familie. Jans Frau konnte ihre Tränen und ihren Schmerz nicht länger zurückhalten, als sie sich entschied, die erschütternde Wahrheit über den Zustand ihres Mannes öffentlich zu machen. Es ist das Schwerste, was ich je tun musste, begann sie mit tränenerstickter Stimme. Jan war immer stark, er war mein Fels, aber jetzt müssen wir uns einer schrecklichen Realität stellen. Diese Worte ließen nicht nur Jans engste Freunde und Familie, sondern auch seine Fans tief betroffen zurück. Was war mit Jan Smith passiert? Wie konnte dieser immer fröhliche und lebensfrohe Mann in eine solche Situation geraten? Jan Smith hat seit den neunzigsten Jahren das niederländische und deutsche Publikum mit seiner Musik begeistert. Seine Hits wie als D-Nacht verdweht, und ich bin da, sind zeitlose Klassiker, die von Millionen von Menschen geliebt werden. Er hat sich im Laufe seiner Karriere nicht nur als Sänger, sondern auch als Moderator und Schauspieler etabliert und dabei stets ein Bild von Stärke und Freude vermittelt. Doch wie sich nun herausstellt, lag hinter diesem Bild eine ganz andere Wahrheit verborgen. Es begann vor einigen Jahren, erzählte seine Frau mit leiser Stimme. Jan klagte immer wieder über Müdigkeit und Erschöpfung, aber er wollte es nicht ernst nehmen. Er sagte immer, dass es nur der Stress sei. Doch wie es oft der Fall ist, waren diese Symptome nur die Spitze des Eisbergs. Nach zahlreichen Untersuchungen und Besuchen bei verschiedenen Ärzten kam schließlich die Diagnose, die alles veränderte, Jan Smith leidet an einer schweren neurologischen Erkrankung, die sein Leben nachhaltig beeinträchtigt. Es war ein Schock für uns alle, sagte seine Frau unter Tränen. Wir konnten es nicht glauben. Jan war immer so stark und so voller Leben, und plötzlich stand er vor einer Diagnose, die alles veränderte. Diese Worte zeigen, wie tief der Schmerz sitzt, den Jan und seine Familie seit der Diagnose empfinden. Die Krankheit, die bei ihm diagnostiziert wurde, führt zu einer allmählichen Verschlechterung seiner motorischen Fähigkeiten und beeinträchtigt zunehmend sein tägliches Leben. Dinge, die für Jan früher selbstverständlich waren wie das Singen, das Tanzen oder das einfache Genießen eines Tages sind nun eine Herausforderung, die er nicht mehr alleine bewältigen kann. Er wollte nicht, dass die Menschen ihn so sehen, erklärte seine Frau. Er wollte immer stark bleiben, für mich, für unsere Kinder und für seine Fans. Doch mit der Zeit wurde es immer schwieriger, die Wahrheit zu verbergen. Jan Smith, der immer eine Quelle der Freude und Inspiration für andere war, steht nun selbst vor einer unvorstellbaren Herausforderung. Die Fans bemerkten in den letzten Monaten, dass etwas nicht stimmte. Jans Auftritte wurden seltener, und wenn er auf der Bühne stand, wirkte er oft erschöpft und distanziert. Viele vermuteten, dass er sich einfach eine Auszeit gönnte, und neue Kraft zu schöpfen, aber nun ist klar, dass der Grund für seine Abwesenheit viel ernster war. Es gab Tage, an denen er einfach nicht mehr konnte, gestand seine Frau. Er hat immer versucht, stark zu bleiben, aber die Krankheit hat ihn körperlich und seelisch erschöpft. Diese Worte lassen errahnen, wie schwer die Situation für Jan und seine Familie ist. Für einen Mann, der sein Leben der Musik und dem Entertainment gewidmet hat, ist es ein schwerer Schlag, nicht mehr so weiterleben zu können, wie er es gewohnt war. In den sozialen Medien verbreitete sich die Nachricht über Jans Gesundheitszustand schnell, und unzählige Fans äußerten ihr Mitgefühl und ihre Trauer über das Schicksal des beliebten Entertainers. Es ist kaum zu ertragen, dass jemand wie Jan, der uns allen so viel Freude gebracht hat, jetzt selbst so viel Leid erfahren muss, schrieb ein Firma auf Instagram. Meine Gedanken sind bei ihm und seiner Familie. Auch viele Freunde und Kollegen von Jans mitzeigten sich tief betroffen von der traurigen Nachricht. Jan war immer jemand, der uns alle inspiriert hat, sagte ein enger Freund der Familie. Er hat nie aufgegeben, egal wie schwer es war. Dass er jetzt so schwer krank ist, ist einfach unfassbar. Diese Worte spiegeln die tiefe Bewunderung wieder, die viele Menschen für Jan Smith und seine unerschütterliche Entschlossenheit empfinden. Für seine Familie, insbesondere für seine Frau, die seit vielen Jahren an seiner Seite steht, ist dies eine der größten Herausforderungen, denen sie je gegenüberstanden. Wir haben schon viele schwere Zeiten durchlebt, sagte sie, aber das hier ist etwas, womit wir nie gerechnet hätten. Diese Worte zeigen, wie sehr die Familie Smith von dieser Diagnose erschüttert wurde und wie schwer es für sie ist, mit der neuen Realität umzugehen. Doch trotz der Trauer und des Schmerzes, den Jan Smith und seine Familie in diesen Tagen durchleben, gibt es auch Momente der Hoffnung. Er hat immer noch so viel zu geben, sagte seine Frau. Und wir werden alles tun, um ihm zu helfen, so lange wie möglich weiterzumachen. Diese Worte zeigen, dass Jan trotz seiner Krankheit den Glauben an das Leben nicht verloren hat und dass er entschlossen ist, seinen Weg weiterzugehen, auch wenn dieser nun steiniger ist als je zuvor. Die kommenden Monate und Jahre werden für Jan Smith und seine Familie eine Zeit des Kampfes und der Bewältigung sein. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt, sagte seine Frau. Aber wir werden diesen Weg gemeinsam gehen, egal wie schwer er wird. Diese Worte zeigen die tiefe Verbundenheit der Familie Smith und ihre Entschlossenheit, sich dieser Herausforderung gemeinsam zu stellen. Für viele Menschen bleibt Jan Smith trotz dieser schockierenden Nachricht ein Symbol für Stärke, Durchhaltevermögen und Lebensfreude. Er hat uns immer gezeigt, wie man das Leben genießt. Egal was passiert, sagte ein Fun. Und ich bin mir sicher, dass er auch jetzt die Kraft finden wird, weiterzumachen. Diese Worte spiegeln die tiefe Bewunderung wieder, die viele Menschen für den Sänger und Entertainer empfinden, der sich nun einer der größten Herausforderungen seines Lebens stellen muss. Am Ende bleibt die Geschichte eines Mannes, der trotz aller Widrigkeiten immer wieder den Mut gefunden hat, weiterzumachen. Jan Smith hat in den letzten Jahrzehnten viele Erfolge gefeiert und viele Herausforderungen gemeistert, doch nun steht er vor dem schwersten Kampf seines Lebens. Es ist nicht das Ende, sagte seine Frau abschließend. Es ist nur der Anfang eines neuen Kapitels, und wir werden diesen Weg gemeinsam gehen.